OpenOffice, den Text linksbündig ausrichten. Linksbündig schreiben ist voreingestellt. Sollte dies nicht der Fall sein, geht man in die jeweilige Zeile und klickt auf das Symbol linksbündig. Oder man geht in die jeweilige Zeile, klickt auf das Menü Format, geht auf Ausrichtung und klickt auf Links. Oder ich drücke gleichzeitig die Tasten Alt und F, drücke die Taste T und abschließend die Taste L.